Ich bin Daisy Dansten. Ich bin hier an der Hochstraße Süd in Ludwigshafen, die ja bald abgerissen werden soll. Wir hatten nämlich heute die Begehung der Baustelle für die Presse, zusammen mit Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, dem Leiter des Tiefbauamts Björn Berlenbach und dem technischen Leiter der Baufirma Moos, Stefan Feldmann. Denn die ersten Stützkonstruktionen stehen, sieht man hinter mir, die Baumstämme wurden angeliefert und wurden jetzt zusammen mit den Betonzahnrädern und den Gewindestanden zusammengebaut. Hier mussten jetzt erstmal erste Erfahrungen gesammelt werden, wie man die einfacher und schneller zusammenbauen kann. Denn die, nicht nur die vier, sondern 80 Stück insgesamt, müssen unter die Hochstraße geschoben werden, um sie abzureißen. Jutta Steinruck hofft, dass der Zeitplan eingehalten werden kann und der Abriss dieses Abschnittes der Hochstraße bis zum Stadtfest Ludwigshafen fertig sein kann. Vielen Dank.